oh hey leute ich bin mittel mario master und wir heißen euch willkommen zurück zu joshis crafted world ja und noch ganz viel anderes zeug ja es wird noch es wird noch ein bisschen so weitergehen ja das interessiert die leute natürlich ja genau wir tun euch damit gerade einen gefallen jetzt rennt alles um du kannst getroffen werden tatsächlich weil du kannst das nicht mitnehmen das geschenk ja schon ich weiß nicht nein nein aber immer hier noch fehlt ich weiß wo das ornament ist das ornament ist hier und da ist es ich habe keine ich kann ich auch nicht drauf bringen dann muss ich mir so ein ding auf mich woran hast du dich denn gestoppt an dir das hat doch jemand zerstörung darum jetzt drei münzen gefunden da bin ich aber stolz drauf ich wollte dich nicht töten das war ein witz ja ich bin ich bin keine katze bin ich so wie evo der kett ich habe noch ein paar münzen gesehen kann nicht abnehmen ein für die quote ich weiß nicht kaputt machen aber uns fehlen halt immer noch sehr viele münzen ich bin darüber gesprungen hast du gesehen ja und ein werden auch nicht die herzen ja 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 die per die lächel pyramide schon wieder vor dem weg laufen das ist immer noch besser als mit joseph joster im flugzeug zu setzen weil wir alle kennen das ja wie oft hatte joseph joster jetzt mittlerweile schon ein flugzeug zum absturz gebracht ja dreimal drei oder vier mal ja also ich meine im zweiten part ist es auf jeden fall einmal passiert zwei mal zwei mal im zweiten part ja genau und dann auch nochmal zweimal beim dritten part einmal als sie auf dem weg nach ägypten waren und dann nochmal einmal ist er gegen eine palme geflogen was ist er nicht in der palme ja ja als kack juin ja in dieser trom bett gefangen war also er hat das fahrzeug zu hause auch noch so hochreißen können und hat dann die palme nicht mehr gesehen und ist dagegen geflogen das war ziemlich cool vor allen dingen der schreie dahinter war einfach so mega genial zeichne gleich mal nach dem part die sind aber glücklich aus hierunter kommen sie sich durch das war mein knie verdammt da ist also kein hund mehr keine screenthal für dich ich gehe weg nein das ist sie nicht also doch noch ist es eine form von der pyramide aber die ist es nicht ich hätte nicht ich hätte nicht schreien und dann werde ich dich gegen den dino ich werde dich und und ich hund ja ich wähle dich und los und benutzt eine hundattacke wie sieht die aus da ist jedoch ja eigentlich hätten wir das level abschließen können ja das war zu weit das wollten wir nicht wir wollen ja nicht übertreiben man sollte einen schädel tragen aber so kann man keine eier werfen ein schädel ich kann einen schädel tragen ich weiß ja damit umzugehen wir suchen die auf screen doch ich glaube da ist ein kaktus fels da ist einer den schnappst du jetzt das habe ich auch habe ich ziemlich oft übernommen das habe ich jetzt als mein eigenes catchfilm ich hoffe das ist okay wenn ich das sage ja halt 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 zurück das kann ich nicht falsch ich habe jetzt auch mal aber das mamma mia journal habe ich mal jetzt auch angesehen so hat man eine pistole genau ja das ist ein comic ist aber es war verdammt wir haben stärkeren stachel als du dass uns ab und kommt noch mal sagt da sind kaktuswelt du kannst keine eier mehr ich habe 20 ärzten mit abgesehen von bomben die können ihr schaden zu fügen die man da hoch springt die man weg von mir immer spring mal da links nach oben wenn sie um vernichte sie nein wir haben wir verpasst keine ahnung das ist das level beenden und bleibt weg von dem teilen alter ich bin gerade so ausgeglichen ich habe keine ahnung wir haben 20 herzen gefunden und gesammelt und alle münzen dann gehen wir noch mal rein und gucken noch mal ich bin meine verloren vor 28 jahren hast du gar nicht existiert ja ich habe meine brille auch verloren vor 26 jahren da habe ich auch nicht existiert by the way wir sind auf jeden fall nicht 28 und auch nicht 26 ich hatte die zahl vergessen hast du hast gesehen das war cool das war gut das sind ja die uns abrufen haben wir ja sind wir hier ich mag die musik das war was machst du mein territorium ich bin der allmächtige genau die oder die nicht zu wechseln mit dem gut ich habe das spiel auch schon lange durch ich habe schon die 200 prozent zu 100 prozent mit dem dritten kam wieder zu weit zu spielen ich weiß nicht warum so ein tolles spiel kann auch nicht nicht ich habe auch ich sehe ihn aber auch nicht nicht mehr sehen wir haben alles abgegrast hat dann nicht so lang ich sehe es nicht vorher mich eben töten einfach und wieder was war sie ja dann habe ich viel arbeit vor mir wie viele minuten haben wir denn 18 minuten das ist ganz schön wenig die herzen von vorne dieses mal das klang so falsch du bist jetzt schon ist das ein du soll in dons nein mamma mia Mama mia wenn ich in dem mund haben die ganze zeit habe ich keine pfg richtig du schmeckst mir nicht er macht nichts und immer wieder die ganze arbeit aber ich habe hier taktik und strategie das rechte arbeitsteilung wo ich ja kommen etwa so gerechte arbeitsteilung weil ich nicht lache ich mache hier jose das geheime technik machen wir doch gerade die ganze zeit hier dann weg ich habe nicht vorher zu machen das ist jetzt nicht getan ja jede wette mit leicht gegen die wand knallen da ich doch ja da ich doch von dieser die du soll man macht immer dasselbe und deswegen ist ein trottel naja sie ging lieber klein sage ich doch gegen das ist ja ja da ich doch der ist ein trottel ja genau wir sind die mussten grüner die nur ich bin blauer und jeder weiß dass die blau natürlich die allerbesten sind ja wir haben ja fast alles naja gut wir haben ja alles gefunden weil zusammen gibt würde ich sagen gehen wir mal in das nächste level das hier flausche mobil dann müssen wir noch mal haben eine stille windmühle schon sehr in der wilde flausche und dreht sich nicht einfach mit einem einbewerfen aber richtig aber naja die schnappen wir uns ja ja ich weiß genau von mir was es ist wissen und die und die kenne von daher sie kommen mobil ist mit bennstern wenn wir bekommen hier voll die getunten mobiles ja klar aus dem wer wird dann wenn dann richtige gangster mein die größten verbrennen welche sind ja die das möchte ich jetzt im paar nicht sagen das wäre dann eine beleidigung ich sage ich sage es ihm außerhalb des parts ich habe nichts zu sagen ich rede nicht gerne geht weg ich habe nichts zu sagen nicht die dose oder verloren sind noch nicht mal im ersten checkpunkt hier halte ich mal zurück junger mann sie sind durch das herzen verloren ja wir sitzen das spiel vor was ich habe 16 mann bin ich gut zu hause mann alter ja wir sind aggressiv das sind die neuen monties das ist nicht mehr lang genug ist nur hier durch die gibt es nur im ninja land ich möchte jetzt kein druck machen aber dass sie nicht treffen okay die kamen von münden ja gemeinheit es klappt nicht wir sollten gehen ich habe angewendet ja wie viele minuten haben wir es 27 da das ist doch ein guter zeitpunkt den paar zu beenden weil ich dachte wir hier können wir noch sachen kaufen ein munterer okay im snack königreich angetroffen ganz normales lachen das gebäck nichts weiter wir sollten mal gucken ob wir in der dino bösischen alle outfits haben wir sollten erst mal prüfen ob wir in den vorherigen welchen schon alles haben also jetzt kostüme kostümmäßig ja hier 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 dieser jetzt payment das ist fertig das ist fertig das ist fertig das ist fertig das ist noch nicht fertig ja das ist fertig ich bin es doch zwei blumen und nein wir haben echt noch so viel zu tun ich will ja nichts sagen aber ich glaube das ist eine schöne menge ja aber wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dann und ciao und